Hallo, ich bin Linus Volkmann und ich habe ein neues Buch geschrieben, Kein Schlaf bis Langselbold. Zuletzt habe ich daraus schon einige Sätze vorgestellt, aber die Leute haben dann gesagt, ach, eigentlich mag ich gar keine Sätze, äh, Sätze, deshalb biete ich jetzt hier mal was anderes an, und zwar ein Aspekt, der in dem Buch auch vorkommt, sind Worte. Zum Beispiel folgende. Sofortrente. Bier. Blumen. Bier. Beefy Roll. Love. Steffi Graf. Sushi. Zungen. Kuss. Petting 93. Sanatorium. Sexualität. Baderose. Heiße Hexe. Ultragold. Satan. Webantin! 21 Jump Street. Ah! Genau. Turn, 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 turn mich an. 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 Turn mich an, es geht alles. Turn, 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 turn mich an. Turn, 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 turn mich an. Turn, 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 turn mich an. Turn, 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 turn mich an.